Was? Was ist jetzt? Sind du doof schon? Aha, jetzt sind du doof. Anna Stasia, bist du Autofahrer? Bist du Autofahrer? Bist du Autofahrer? Wo fährst du, Hane? Hane, da rüber! Da, da, komm! Lenker! Da! Nicht winken, Lenker! Fahr nicht so schnell! Hiiii! Und angekommen! Und angekommen! So, wir abstellen! Und ausschalten! Nochmal Druck! Nochmal Autofahrer! Nochmal Autofahrer! Hat es Spaß gemacht? Hat es Spaß gemacht? Was? Segura! Anastasia! Anastasia!